Sie sind hier, 26. Juli 2018, 21.10 Uhr, Lesedauer, 2 Minuten, Ottenek zeigt zum Auftakt der Finland Rally eine starke Leistung und führt nach der ersten Wertung. Dahinter lauern Thierry Neuwil und Sebastian Ogier. Der erste Ottenek liegt nach der ersten Wertungsprüfung der Rally Finnland in Führung. Im Toyota Wattenek zum Auftakt am Donnerstag auf dem nur 2,31 Kilometern langen Teilstück minimal schneller als der Belgier Thierry Neuwil, 0,7 Sekunden zurück und Weltmeister Sebastian Ogier, Frankreich, 0,8 bis Sonntag folgen 22 weitere Prüfungen auf den Schotterstraßen in der Nähe der Stadt Chivesküle. Ogier, der zuletzt fünfmal in Serie Weltmeister geworden ist, hat die Rally Finnland nur im Jahr 2013 gewonnen. In der Gesamtwertung liegt er auf Platz 2 mit 27 Zählern Rückstand auf Neuwil. Nach dem WM-Lauf in Finnland folgt das Highlight des Kalenders aus deutscher Sicht. Vom 16. bis 19. August findet im Saarland die ADAC Rally Deutschland statt. Und zwar von dem WM-Lauf auf Neuwil. Nach dem WM-Lauf. Die Sendung liegt nach dem WM-Lauf in Finnland in der Stadt Chizesse auch der Abenteuerung des Köln-Köln-Köln-Köln. Nach dem WM-Lauf im Dunkeln ist die Mahlau-Köln-Köln. Das war's aus dem WM-Lauf in Finnland als der Welt.